Hey, meine Damen und Herren, willkommen zum Finale Grande in Minecraft Reef, zusammen mit dem Affen Ivina. Die Affe. Okay, wir haben, Alter, erst einmal wissen wir unsere Farm hier an, unsere Papa-Geien-Farm, das sind inzwischen, ich würde schätzen, 4.000. Wir haben heute einen sehr, sehr strikten Planlinien, wir müssen uns beilen, denn wir wollen heute den Ender-Dram besiegen und das Game damit durchspielen und damit das erste Projekt auf meinem Kanal ever beenden, denn ich habe vorher noch nie ein Projekt beendet. Ich glaube, das letzte Projekt, was ich beendet habe, ist No-Joke-Varo gewesen und das war vor vier Jahren oder so. Naja, okay, guti, also wir, erst mal organisieren wir uns hier, erst mal brauchen wir Netherite, machen uns, erst mal kannst du, obwohl dir hast du schon, ne? Okay, du kannst mal Bücherregale schon mal machen, Ivina, wir brauchen eine Menge Bücherregale und du kannst schon mal zwei Bögen craften, das kannst du auch schon mal machen. Wir haben null Holz. Oh nein, das wären ja, das wären halt vor mir auch hier irgendwann mehr, Alter, das ist so. Ey, ich hätte Bücherregale ohne Bücher machen. Ja, du sollst die Bücher craften, bist du dumm. Ja, aber ohne Zuckerrohr, guck dir mal die Kiste. Bist du schon gesoffen oder was? Äh, wo haben wir es denn? Ähm, äh, 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 ah hier, Antikerschrank schmeckt. Ja, das nehmen wir auch mal mit, auch wenn wir es eigentlich ja nicht brauchen. So, so, so. Ich denke mal, irgendetwas, so Sachen, die, äh, Obsidian ist glaube ich auch ganz gut, Weindorpsidian, da können wir uns ein bisschen, können wir uns ein bisschen, können wir uns ein bisschen bronnen. weil das macht der Enderdrache nicht kaputt. Das heißt, wenn er durch unsere Base und unser Floß im End fliegt, sind wir da relativ safe. Das heißt, wir sollten definitiv mal durch das Portal gehen. Passiert ja auch noch was? Sollten wir mal hier in unsere Doppelkiste luschern. Die hat ja eigentlich fett gefarmt jetzt, oder? Soll ich denn da jetzt rankommen in die Kiste? Zwei Grundgestein. Damit können wir doch eine fette Base bauen. Brauchen wir Dias? Nein. Hast du für Dias? Ja, das hast du mich doch schon gefragt. Hey Dina, mein Gott, ich bin der Böse. Es ist Finale. Wir haben auf jeden Fall unendlich Essen. Das ist eine nice Nummer. Also, lass mal hier noch gucken, weil hier ist noch, da ist ein Enderportalrahmen drin. Die hatten wir beim letzten Mal gebraucht. Dann hier. Die kann ich nicht öffnen, weil da alles voll ist. Ist ja auch egal. Haben wir hier noch was? Seelenläufer. Okay, unendlich. Machen Spektralpfeile auch Damage? Lass es gleich mal testen. Aha. Zwei Bögen für uns. So, oh, bin ich. Zurück. Puff. Okay. Jetzt machen wir den Full Enchanter. Da müssen wir den aber umplatzieren. Da haben wir nicht ausreichend Platz. Mit 15. Wir sind uns ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir 15 oder 30 brauchen. Aber da wir uns eh nicht mehr als 15 leisten können, machen wir das erstmal. 15. So, den platzieren wir, würde ich sagen, einfach. Bumm. Das muss hier mal weg. So. Okay. In die Nase Bücherregale. Ja. Dann platzieren wir also immer eins freilassen und dann ringsherum. Okay, das ist schon mal eine 8. Sind das alle, die wir haben? Ja. Ach du heilige Güte. Okay. So, bleib mal stehen. Das liegt so krass, Alter. Drei Schaden. Okay, macht Schaden. Gut. Das heißt, wir haben ein Stack Pfeile schon mal. Das ist ganz gut. Weiß. So. Keine Ahnung, warum es hier so heftig am Längen ist, Leute. Äh, okay. Dann verzaubern wir mal und hoffen, dass wir was Geiles rauskriegen. Stärke 2 für 18 Level. Boah, da musst du für 18 Level musst du auch Stärke 3 drin sein. Da ist es ja günstiger, mit einem Amboss die zusammen zu scheppern, Edina. Boah, ist das vielleicht nicht eh günstiger? Ja, das machen wir, glaube ich, auch. Das ist, glaube ich, eh auch eine bessere Idee. Okay, wir gehen zu der Klunkerkiste. Schnappen uns Eisen. Machen uns jetzt hier einfach drei Blöcke. So, bumm. Amboss. So, den packen wir dann hier auch hin. Zack. So, jetzt verzauber ich den. Warte, verliere ich dann einen der Weg? Jetzt habe ich mehr als eins verloren, oder? Äh, okay, wir brauchen ganz viele Bögen. Ich meine mal, alles hier zu Bögen. So. Wieso? Warte, da brauche ich aber mehr Platz im Inventar. Okay, dann lass mal kurz aufholen. Das ist Holz, das ist Holz. Das ist Stein. Das ist Stein, das ist Stein. Nein. Warum? Wir haben übelste Bäume hier stehen. Ja, toll, aber wir haben halt trotzdem kein Holz. Ah, das brauchen wir auch weniger. Das sieht ja schon besser aus. So. Jetzt können wir die beiden schon mal zusammen machen. Stärke zwei. Haben wir ja mit Schumalina. Boah, Flammen. Die Flamme bringt aber eh nichts gegen Ende dran, glaube ich, oder? Stärke eins. Denkt, warum wir jetzt hier fett, ähm, einen Bogen machen. Ihr habt ja eigentlich in der letzten Episode auch gesehen, wie der Kampf ablaufen wird. Und man wird mit dem Schwert da nicht großartig rankommen. Also, man wird da gar nicht rankommen. Ach, ich weiß, warum es so leckt, Elina. Weil hier diese ganzen Items rumstehen. Ich glaube, wir haben eine viel bessere Idee. Wir beide haben eine. Wir haben eine Idee, Elina. Alter, wir haben 61 Redstone. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe? Weißt du, wie viel XP man von Redstone kriegt? Ja, mega viel. Mega mega. Gut, dass ich diese Idee hatte. Sie hattest du nicht. Okay, es leckt aber. Elina kümmert sich aber um den Leck. Ich glaube, das liegt daran, dass so viele Items auf den, äh, auf den Trichtern liegen und deswegen ein Mannschaft irgendwie nicht klarkommt, weil unser Lagersystem völlig überflutet ist mit Items. Es ist völlig überfüllt, Alter. Alter. Schmeiß einfach den Kack links am Fluss vorbei, damit das runterfließt. Wir brauchen die Sachen hier nicht. Also, außer die, na, nicht die wertvollen, aber die sind los. So, Karnido oder so ein Scheiß. So, wir machen weiter. Wir haben zu tun. Äh, Stärke schmeckt. Stärke schmeckt. Stärke schmeckt. Stärke schmeckt. Stärke schmeckt. Wollen wir uns zwei Bögen machen? Ja, safe, oder? Ja, safe. Besser, wenn wir beide in Beobachtungen sind. Wer in den Kommentaren genau richtig erregt, wie viele Level ich jetzt am Ende haben werde, der kriegt Elinas Auto. Los! Ich sage... Okay, sag. Ich hatte Null, also Null Level. Siebzehn. Das ist viel zu hoch. Ich sage Elf. Alter, ich muss jeden Block doppelt abbauen, ne? Warum wird eigentlich mein Auto hier verlost? Ich habe ja Geiz zum Verlosen. Ich bin ein armer Schlucker. Ich habe hier mal ein Auto, ey. Ich muss mit der U-Bahn fahren, Alter. Nee, ich fahre nicht mit der U-Bahn, die ist eklig. Ich laufe tatsächlich eigentlich immer. Oder ich fahre mit diesen Rollern. Die sind auch cool. Also, ich baue aktuell sechs Level. Ich wäre schon zehn da durch, wenn es nicht so lägen würde. Also, ich weiß nicht, wie lange du brauchst, um da Items mal rauszuschmeißen, Nina. Ja, ich muss ja aufpassen, dass die nicht von hoher Wichtigkeit sind. Eigentlich gibt es... Das Einzige, was wichtig ist aktuell, ist eigentlich nur Redstone. Alles andere ist Schmutz. Habe ich gerade weggeschmissen. Oder... Echt jetzt? Nein. Ach so. Oder Quarz. Aber das kriegen wir... Oh, ich habe mir Nether Quarz. Das ist natürlich auch ein heftiger Level-Booster. Ja, ein bisschen. Ey, ich glaube, ich habe recht, ne? Ich kriege da ein Auto. Nee, scheiße, ich habe auch zu wenig. Hey, ich habe gar keine XP für das letzte gekriegt. Schweinerei. Acht. 98 Prozent. Also 98 Prozent vom Neuen. So, dann machen wir die erst mal zusammen hier. Äh, Stärke zwei. Ich habe 98 Level gekriegt. Stärke drei. Wir bauen mal die Diamanten. Ob Diamanten gibt, auch eine Menge XP. Davon haben wir ja tatsächlich auch einen Stack. Also Erze, wohlgemerkt. Und Diamanten. Normaler werden wir noch mehr. Warum ist der Redstone auf dem Baum? Mit ihnen? Es hat Redstone geregnet. Über den Wolken müssen die Diamanten wohl grenzenlos sein. Es leckt immer noch genauso. Es hat gar nichts gebracht, unsere Korrektur. Alter, Diamanten geben viel mehr als Redstone. Wieso habe ich meine Zeit mit dem wertlosen Redstone verschwendet? Elina, wieso wusstest du das nicht? Du bist so dumm. Was machst du jetzt? Wolltest du lustig? Ich würde auch schon längst mit den Bögen fertig sein, wenn das sich hier legen würde wie Hechtsuppe, ey. Hier, ich habe dir ein paar andere Blöcke hingebaut. Ich will die nicht abbauen, Elina, sie leckt. Kohle doch nicht. Bringt doch auch Dings. Ja, aber voll wenig. Ja, was? In der Notfrist der Teufel Kohle, sagst du? Luft bringt dir ja gar nichts. Warte mal, so ist, glaube ich, die Pro-Taktik. Wir können den Leck abusen. Nee, okay, vielleicht auch nicht. Gold hat sie auch einfach hingeknallt. Gold gibt nicht mal XP, Elina. Das muss man brennen. Wir machen folgenden Plan, Elina. Ich werde mit dem Bogen Stress melken, weil wir können auf keinen Fall noch einen Bogen machen. Und ich bin der Angel. Die Blöcke abzubauen, ist wie ein bisschen krampft hier bei dem Leck. Ich habe auch ein Stack Pfeile. Das reicht doch, glaube ich, erst mal. Und wir machen... Haben wir wirklich... Wir müssen doch Wolle haben. Ich weiß gar nicht, wo wir hier Wolle haben. Ach, doch, ich habe hier zwei Wolle. Okay, wir haben vier Wolle. Das ist viel zu wenig. Hier ist auch nochmal Wolle. Okay, lassen wir bitte in die Kiste. Ja, danke. Fünf Wolle haben wir nur. Wir haben doch so viele Schafe gekillt, oder? Naja, eigentlich nicht. Naja, okay. Ich wollte halt Betten machen. Und damit kannst du den anderen Drachen natürlich auch nicht gekillen. Äh, okay, dann... Den Tee haben wir doch. Wow, die ist jetzt safe. Solche Experimente sollten... Never. Experimente sollten wir nicht warten. My promise, human. Wir haben... Also, ja. Wir... Ja, ich kann sein, dass du jetzt gleich über Deutsch standen müssen, weil es abnormale liegt. Aber wir gehen jetzt in... Du musst einen Inventarslot frei haben für das Buch. Habt ihr das Buch? Achso, ne, ich nicht. Warte, ich nehmt. Welches Buch denn? Ja, dieses... Also, erstmal sage ich, ich hab das Buch. Das Return-Buch? Ja, ja, genau. Ja, das hab ich doch. So. Guti. Dann jetzt Attacke. Ender Dragon. Let's go. Bam. Der fickt übelst. Der landet jetzt. Achso, glaub ich. Dina! Nein, nein, nein. Der landet jetzt. Warum zündest du dann einfach? Ja, wenn er jetzt landet, dann ist es schon zu spät eigentlich. Ich hab nicht einen Schuss getroffen. Ey, ich hab getroffen. Boah, der zieht viele ab. Guck. Easy. Sniper rifle. Ich hab ne Treffengenauigkeit von 5%, aber es ist auch voll schwer. Boah. Jetzt, und? Oh. Hey, das zündet doch nicht. Er landet jetzt. Ja. Perfektes Timing, Elida. Ja. Na, geht's doch. Na, kann ich jetzt, Dina. Na, ja. Achso, man kann ihn jetzt nicht mit. Ja, ja. Muss na, kann. Bett, 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 Bett. Ich hab kein Bett. Ich hab Bett. Ja. Ja, das war... Nice, nice, Bett hat geklappt. Das hat er mir umgebackt. Was hat denn geklappt? Jetzt kann ich ein Schlag, nice. Gönn dir wieder. Los, 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 los. Jawoll. Super. Warte, so. Schlag, machst du das? Schlag, schlag, schlag. Schlag, schlag, schlag. Wo? Kickt der mich jetzt runter? Nee. Nee, ja, wüscht. Stark, irgendwie. Aber haben wir nice gemacht. Haben wir alles gemacht. Das mit TNT war gut. Und mit dem Bett hat auch geklappt. Hat über jetzt rumgebackt, aber hat auch geklappt. War ich mit dem Bogen so schlecht, ne? Der könnte schon tot sein. Ich sag's dir ganz ehrlich. Aktivier. Okay, er ist wieder immun. Alter. Jetzt nackt er. Jo. Nein. Du hast mich gekält. Ja, okay. Egal. Was ist hier, die Gä? Ja, ich hab ihn. Oh, ja, ja. Jawoll. Du hast einen sehr guten Job gemacht, Lina. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke. Das war's mit Minecraft Raft. Wenn ihr komplett ausrastet, also da muss aber wirklich auch die 40.000 Likes am Start sein, dann versuchen wir nochmal mit dem Wizzler anzugreifen. Das schauen wir mal. Aber vom Prinzip her haben wir das Projekt erfolgreich beendet. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Flankt den Like-Button. Abonniert meinen Kanal für die... Ey, ihr kommt aus Katze. Bis morgen, euer Wenzel. Tschau. Tschau.